Servus Leute, heute habe ich mal wieder eine Runde für euch, wie könnte es anders sein, auf Customs, in dem Fall mit meinem zweiten Account. War ich unterwegs und habe Tarkov Shooter 7 gemacht, das heißt ich musste 45 Meter Kills mit einer Bolt Action, mit einer gesiliensten Bolt Action machen, dafür hatte ich die BPL dabei. Und für den Nahkampf hatte ich eine KS 23 dabei mit Schrapnel 10 Ammo, für alle die es nicht wissen, das ist eine sehr starke Shotgun, die sehr viel, ja, Fleischschaden macht. Man kann damit Leute in die Beine sogar One-Shotten und eine sehr lustige Waffe, die ich die Tage echt gern spiele und, ja, die sehr, sehr befriedigend sein kann, wenn man jemanden One-Shotted, wenn man sie abbekommt, ist es nicht so geil. Aber ja, so ist es mit einigen Waffen Tarkov. Auf jeden Fall hatte ich eine Menge Spaß in dem Raid und es gab, ja, von beiden Waffen, von der Sniper und von der KS, ein paar schöne Szenen und, ja, wollte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Schaut es euch einfach an, ich bin übrigens gleich zu täglich liveofpitch, twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen da oben natürlich und Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Kein Laser dran geht. Hier geht's gut, kein Bock auf's Tag auf, ja, da bist du nicht alleine, na. Komm, das sind auf jeden Fall 45 Meter da hoch. Klar geht da ein Laser dran, an die RFB. Wie soll da ein Laser dran gehen? Oder halt, äh, den La... Über das Holo-San, ja gut, ist bloß der Laser. Aber, Laser, wenn eine Taschenlampe, davon rede ich. Vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt. What? Ach, ich mag die KS. Ey, schießt du auf mich? Okay. Okay. Okay, da oben zeigt sich leider niemand. Irgendwo hier hin schießt er. Hier ist halt das Problem, wenn man jetzt so rumläuft und da kommt einer so auf halbmittlere Distanz. Da steht man halt mit der KS ein bisschen da, ne. Okay. Äh, Grenadier, ich fahr dich, ja. Okay. Okay. Jetzt Leaderone. Okay. 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 Boom. Ey, hier der Sniper-Skev. Nerven. Was mit der SVD, AXMC, RSS, SR... Also grundsätzlich DMRs sind schlechter zum Snipen, weil sie mehr Bullet Drops haben. Die AXMC ist natürlich eine grundsätzlich gute Sniper mit sauguter Ammo, aber extrem unergonomisch. Und bei einer Sniper ist es wichtig, dass du hohe Ergo hast, dass du möglichst lang anlegen kannst und nicht rumswayst. Deshalb habe ich die nicht genannt. Natürlich kann man auch mit einer DMR gut snipen, aber bei einer Bolt Action hat man halt den Vorteil, was ich für einen krassen Vorteil finde, dass man viel weniger Bullet Drop hat. MK18 genau dasselbe. Die hat zwar auch wenig Bullet Drop, aber ist halt einfach erstmal überhaupt nicht verfügbar. Von daher sind es so Waffen, ja, die kann man bei sowas außen vor lassen. Musik Die haben wir auf die Sekunde genommen. Das sieht gut aus. Musik VPO Schlechteste Ballistik überhaupt Wie gesagt VPO mit AP-Amor kann man Für die 25 Meter Kills nehmen, aber für nichts anderes Klar, grundsätzlich geht's schon Aber man tut sich halt mit dem Ding keinen Gefallen Oh, da ist gerade einer Die Ecke Ich weiß nicht, ob es ein Spieler war oder ein Skeff Könnte ein Spieler gewesen sein mit kurzen Kurzärmeligen T-Shirt 250 Meter mit der VPO, keine Ahnung Da kannst du so in die Luft schießen Hoffen, dass es ihm wie ein Mörser auf den Kopf fällt Ganz ehrlich Man bräuchte viel größere Karten Ja, das stimmt In Tarkov hast du halt nicht diese Distanzen Dass sich snipen irgendwie Ne So 800 Meter oder sowas Sie haben's zwar realistisch gehalten Die ganzen Bullet Drop und sowas Aber die Entfernungen sind halt viel zu kurz Nimm doch Lighthouse Ja, man sieht's denn auf Lighthouse mal einen Über 600 Meter Oder 400 Meter Das ist halt einfach nicht der Fall in Tarkov Aber ein Escape of Shoreline, ja Wenn er ruhig still hält Nice Ich glaube, der hatte sogar eine 6er Armote Da unten den loot man jetzt mal direkt Ja Ist richtig Richtig Handel Spricht für die VPO Dass man da schon mit Scaf-Skills Äh, kommen muss Hey, Giftswerk Wie gesagt, ne Ich sag nicht, dass man mit der VPO Keinen auf die Distanz killen kann Aber ich rede halt davon Was das Einfachste ist Ja, 6er Armour Level 55 Er kotzt im Strahl Unpräzise kommt noch dazu Das ist das Nächste Das ist aber auch halt absichtlich so, ne Das Einige Die Anderen Sniper sind alle so Militärische Sniper Und die, ähm Die VPO ist eine Ein ziviles Ja, Jagdgewehr Deswegen, ne Das ist so gewollt, dass die halt Nicht so gut ist What the fuck Ist hier gerade der Sniper Scaf runtergefallen? Ja, wahrscheinlich No Ah, geht doch Er bleibt halt einfach eiskalt stehen Genau, wenn ich schieße, ey Ich hoffe, das waren 45 Wie gesagt, am Anfang Also am Anfang vom Vipe Snipet man ja auch nicht, ne Muss man ja auch sagen Yes, waren 45 Zwei Stück noch Ähm Gut Aber ja Ich denke, ich werde mich mal hinsetzen Und einen Sniper Guide machen Das ist jetzt vielleicht recht interessant Hättest du jetzt nicht ein Spieler sein können? Weil Vorhin hat es irgendjemand gesagt, ne AP Ammo für die VPO ist besser als M80 Man darf halt nicht einfach nur die Ammo betrachten Insbesondere, wenn es um Snipen geht Okay, man darf allgemein nicht einfach nur die Ammo betrachten Ich habe irgendein Video gesehen Ich glaube, das war sogar ein Video von Vom Kalaschnikow YouTube Channel Da vergleicht einer Wie eine SVD schießt auf Range Mit 54R Gegen eine VPO Also in echt, ne Und das sind Da sind Weltenunterschied Oh, da rennt einer Ich muss rüber ins Vnox, denke ich Ist vom Kalaschnikow Hersteller Ja, ne SVD gegen Das Das Was ist das? 366 Kaliber Habe ich schon mitbekommen Gaspedal Finde ich gut Zieht ein paar neue Leute hier Da bin ich mir sicher Ich hoffe, hier oben ist jetzt keiner Können wir uns vielleicht ein paar 45 Meter Kills snacken Was ist das vor? Was ist das vor? Einen brauchen wir noch Come on Shit, man Ich sehe ihn nicht Kacke No No Das wäre gewesen Wie man hier auch gar nicht Wie man hier auch gar nicht sieht Natürlich muss es jetzt neblig werden Was sagt denn der Counter? Ah, geht noch Okay Ist ein bisschen was los hier, ne? Ja Ich sehe ihn nicht Ich muss jetzt neblig ohne Ende sein, ne? Ah, ja, 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 ja Der hat wehgetan Ich ist mein Euer Fika, vielen Dank für das Follow Willkommen Was hab ich da jetzt noch irgendwo einen See? Wahrscheinlich wird's mehr Sinn machen, auf den zu campen, den ich erschossen hab. Oh, passt schon. Ganz lustig eigentlich. Ja, der rechts an der Bushalt interessiert mich erstmal nicht. Ich will erstmal noch den Kill machen. Das ist, ne? Erst killen, dann looten. Oder wenn wir überhaupt looten. Mal schauen. Oh, da ist er. Hör auf zu... Bitte. Danke schön, Mr. Paydactor. Wundervoll. Schöne Brille. Schön langsam bewegt. Überragend. 10 out of 10. I like. So, Tarkov-Shooter 7 ist fertig. Das heißt, wir könnten dann... Wir können dann Tarkov-Shooter 8 angehen. Wutz, 3 Kills mit der Bolt-Action in einer Runde. Das war sehr optimistisch, ja. An der Stelle, ne? Wenn ihr jemanden seht, also von seiner Sicht jetzt aus, ne? Geht immer davon aus, wenn ihr jemanden seht, dass er euch auch gesehen hat. Weil den Fehler hat er gerade gemacht. Er hat gedacht, ich hätte ihn nicht gesehen. Geht immer davon aus, dass ihr auch gesehen wurdet. Camper sind langweilig, Katiner. Ja, es ist aber... Ich hocke gerne in Büschen, was soll ich sagen. Es ist halt mein Ding. Hey, Mr. Nice Guy. Das ist das Nächste. Grundsätzlich darf ich überhaupt nicht lang gehen, ne? Moin, Glasi. Trigger den inneren Monk, Michael, ja. Hey, Amok. So, jetzt sammeln wir mal die Kills ein. Es ist aber auch... Lieber diese Camper. Der liegt aber auch schön hier. Okay. Das ist mein zweiter Account hier. Handel. Das ist mein zweiter Account. Der ist nicht reich. Hier bin ich nicht spoilt. Let's go. Tigerweid, dankeschön für den gegifteten Sub an Katiner. Und Katiner, viel Spaß mit der Zwangsversammung. Schön, dass du hier bist. Danke für 123. Eins, zwei, drei gegiftete Subs. Wie kommst du denn drauf, dass ich ein Camper bin. Ich meine, snipen, ne? Da snipet man halt und ist auf einer erhöhten Position. Was ist da los? Wuff. 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 Alter. Oh. Ich seh' eine Sense. Ihr auch? Wer da wohl liegt? Ei, shit. Du bist Anfänger, hast gegen gute Erfahrungen keine Chance. Ja, aber... Ähm, gut. In Tarkov ist alles Erfahrung, aber deshalb... War das nicht auf mich bezogen oder... Ich weiß es nicht. Immer schwierig... Schwierig zu beurteilen. Na, hat er den schon? Ah, ja. Hat den schon nackig gemacht. Nicht auf dich, okay. Dann servus, wie geht's? Ich hab jetzt so gedacht, du kommst hier rein und sagst... Campen ist in Tarkov halt, ja. Es ist Teil des Spiels. Kann ich's gegen machen, so ist es. Man lernt mit der Zeit mit umzugehen, das kann ich dir sagen. Äh, spielen, spielen, spielen. So, mal sehen. Giselle. Also. Ich sag, wie ich seh's, aber der kotzt im Strahl vom Allerfeinsten. Okay, das ist okay. Das war meine, ja. Hier geblieben. Mein scavener Freund. Ach. Die KS, ganz ehrlich. Oh. Die KS wird noch... Also, ne? Die erobert gerade mein Herz. Wunderschönes Ding. So. Mach's mal so. So. Phänomenale Waffe. Was soll ich sagen? Ist aus, Kabel. Äh. Hä? Ach, da liegt er. Okay, okay. Ich dachte, das war so, hä? Na, Freundchen? Haha. Wee. What? Hör auf. Nein, ne. 3, 0, 9. Den hab ich auch noch nie gesehen. Okay, ich muss hier an der Stelle mal kurz, ähm... Richtiger Paid Hector, ja. Wo sind hier die Rick? Keine Ahnung. Ne, ich krieg das nicht alles rein. Schade. Ich brauch einen zweiten Rucksack. Ich brauch grad einen Bollerwagen. Ähm. Ürey, du bist duIRE. Lass mich noch mal kurz. Schon dann das rein. Tr professionell. Du bist die Vorteil dabei. Du bist doch egal. Du bist die GOOD. Du bist die Idee. Hör auf. Ich schade. Hier. Du bist die Idee. Getting remiss. Ach komm, echt jetzt? Das wollen wir mitnehmen. Hilft nix, ne? Ach so, das sind drei Schuss drin. Okay. Wilde Mischung hier. FMJ M995, man kennt's. So, zack, zack, so. Gut, ich würde sagen, wir gehen raus hier. Reicht. War doch eine ganz brauchbare Runde. Ich glaube, wir machen nochmal eine Runde mit der KS, oder? Was sagt ihr? Also, wenn sie trifft, haut sie rein. Zählt für jede Waffe, aber bei der KS besonders. So, ich habe jetzt leider nicht mitge- mitge- mitgelesen. Ich lese gleich wieder, Chad. Oh, shit. Oh, shit. Bisschen Sniper-Skill hier. Raus hier. Ich habe dich wieder überlesen. Ich habe gerade alle überlesen. Es tut mir leid. Leute, ihr dürft jetzt erstmal Hallo YouTube machen, weil diese Runde kommt vielleicht auf YouTube. So. Jetzt willst du auch die KS haben. So, was haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kills. Dabei waren einige schöne KS-Shots, ne? Und drei Shots für hier Tag auf Shooter 7. Nice. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Äh, Barton, Tiger Byte. Ähm, und sich dann anschießen lassen auf Factory. Alle Mahalo YouTube im Chat. Wunderschön. Wunderschön. Angellan ich nieren. Wunderschön. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.